So, moin moin, mein lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt in der Video-Playlist zu quadratischen Funktionen und anfangen wollen wir das ganze Kapitel erstmal mit der pq-Formel und darauf folgend kommt noch die quadratische Ergänzung, da das die kompletten Basics sind mit dem, was wir dann danach noch machen wollen. Ja, also jetzt erstmal pq-Formel, was ist das? Im ersten Video werde ich jetzt kurz erstmal die pq-Formel umstellen, ein kleines Beispiel zeigen und im nächsten Video ausführlich alle drei verschiedenen Lösungsarten, nenne ich das mal, angeben, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also gegeben haben wir irgendein Polynom zweiten Grades oder eine quadratische Funktion, so wie ihr das kennengelernt habt, irgendwas mit ax² plus bx plus c und dies gleich 0. Warum gleich 0? Naja, mit der pq-Formel wollen wir für dieses Polynom die Nullstellen berechnen und Nullstelle heißt ja, dass der y-Wert oder der f von x-Wert gleich 0 ist, das heißt, die Funktion ist gleich 0 gesetzt. Ja, wir wollen Nullstellen berechnen, dafür ist die pq-Formel da. Es gibt dann auch noch andere Verfahren, zum Beispiel, was weiß ich, Satz von Fijeta und so ein Kram, aber wir uns jetzt erstmal nur auf der pq-Formel, ja, also ich finde die am besten einfach persönlich, das heißt, die nächsten Aufgaben, alles werden mit der pq-Formel passieren und ich denke mal, die werdet ihr in der Schule auch eher machen als die anderen Verfahren. Vielleicht werden die anderen kurz vorgestellt. Naja, sei es drum. Wir haben ein Polynom gegeben, ja, wir müssen jetzt erstmal umformen. Wir brauchen ein x² und hier steht ax². Dieses a kann irgendeine Zahl sein, zum Beispiel, wie in unserem Beispiel gleich, 2x² und das müssen wir zuallererst zu einem x² umformen. Das ist der erste Schritt, den ihr machen müsst. Schaut, habt ihr ein x² gegeben, wenn nein, müsst ihr danach umformen. Das heißt, wenn hier zum Beispiel eine 2 steht, teilen wir durch 2. Wenn hier eine minus 5 steht, teilen wir durch minus 5. Wenn da eine plus 13,5 steht, teilen wir durch 13,5. Einfach durch dieses a teilen, also durch die Zahl, die vor dem x² steht, teilen wir einfach. Das ist der allererste Schritt. Dann haben wir ein Polynom gegeben, das heißt dann 1x² plus px plus q. pq-Formel, jetzt habt ihr schon mal dieses px und q gehört. Das ist verdammt wichtig. Diese beiden Zahlen brauchen wir dann für die Berechnung. Und die Formel ist hier angegeben. Die müsst ihr nachts, wenn euer Lehrer euch weckt, die müsst ihr runterbeten können. Ihr braucht die auch im Abitur, ihr braucht die in den nächsten Jahren, im Studium. Die kommt überall wieder vor, diese tolle pq-Formel, ja. Das ist eine verdammt wichtige, super tolle, geile Formel. Die müsst ihr einfach auswendig können. Deswegen irgendwie ein paar Mal aufsagen jeden Tag, dann kann man die irgendwann. Oder ihr macht euch erstmal einen kleinen Notizzettel, schreibt die Formel auf, legt euch ins Etui rein, habt ihr wenigstens in jeder Mathestunde parat, ohne nochmal 10 Minuten nachzugucken, wie die jetzt hieß. Und die heißt, x1,2 ist gleich minus p halbe plus minus die Wurzel von p halbe Quadrat minus q. Die erste Frage, die vielleicht auftaucht, ist, warum steht da x1,2? Darauf komme ich gleich. Dieses 1,2 heißt, dass man bis zu zwei verschiedenen Nullstellen berechnen kann. Das ist, dass diese, also man kann bis zu zwei verschiedenen Nullstellen haben, weil hier dieses plus minus ist. Die erste Nullstelle, da wird das Ergebnis von dieser Wurzel hier plus gerechnet. Und für die zweite wird das Ergebnis dieser Wurzel minus gerechnet. Deswegen kann man bis zu zwei verschiedenen Nullstellen haben. Wichtig ist, die Diskriminante, das ist d, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist Diskriminante, super dummes Wort, dann wollt ihr gleich schon abschalten, aber bleibt mal lieber dran, ist dieses p halbe Quadrat minus q. Also die Diskriminante ist das, was in der Wurzel drin steht. Und das ist jetzt sehr wichtig, was jetzt kommt. Je nachdem, was d ergibt, ist es abhängig davon, was eure Lösung ist. Das heißt, wenn die Wurzel, wenn was in der Wurzel steht gleich Null ist, dann habt ihr eine Lösung. Da gibt es genau eine Nullstelle. Wenn das in der Wurzel größer Null ist, also eine positive Zahl, dann gibt es zwei Lösungen. Und wenn das in der Wurzel negativ ist, also kleiner Null, dann gibt es keine Lösung. Das werden wir im nächsten Video auch alle drei Beispiele einmal durchgehen. Jetzt in diesem Video gehen wir nur ein kleines Beispiel mal durch. Also wie gesagt, der erste Schritt ist Umform. Erstens, ist a gleich 1? Das fragt ihr euch. Das a war ja das von ax Quadrat. Ist a gleich 1? Hier haben wir nein. Wenn das nicht so ist, müssen wir das jetzt durch 2 teilen. Daraus folgt dann ja x Quadrat. Dann minus 8 durch 2 sind ja minus 4x. Plus 6 durch 2 sind 3. Und 0 durch 2 ist 0. Okay, jetzt kommt der zweite Schritt. Was ist das p und was ist das q? Dann nehme ich jetzt mal einen farbigen Stift. Jetzt kennen wir nur noch diese Formel hier. Die oben, die betrachtet ihr nicht mehr. Das p ist das hier. Und das q ist das. Und jetzt als kleine Eselsbrücke. Wenn ihr mal nicht wisst, was von beiden Zahlen ist das p und das q ist, lesen wir. Von links nach rechts. Und zuerst kommt das p und dann das q. Weil die Formel heißt ja pq. Da kommt das p auch zuerst. Und wichtig ist, die Vorzeichen gehören dazu. Also dieses Minus gehört zu dem p. Und das Plus gehört zu dem q. Bei Plus ist das natürlich relativ intuitiv. Aber bei Minus müsst ihr daran denken, das gehört dazu. Also ist das p minus 4. Und das q ist plus 3. Und jetzt im dritten Schritt setzen wir das mal in diese Formel ein. Also x1,2 ist gleich Minus p halbe. Minus p, also Minus minus 4, das ist 4. Halbe plus Minus, jetzt kommt die Wurzel. p halbe Quadrat. p halbe ist Minus 2. Minus 2 Quadrat. Minus q, Minus 3. Jetzt formen wir das ein bisschen um. Naja, 4 halbe sind 2. Plus Minus. Wurzel minus 2 Quadrat ist 4. 4 Minus 3. So. Das können wir jetzt nochmal vereinfachen. 2 plus Minus. Wurzel von 4 Minus 3. 4 Minus 3 ist ja 1. Und Wurzel von 1 ist 1. Okay, jetzt haben wir das hier. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt x1,2. So, x1. Da wählen wir das Plus, den Plusfall. Und für x2 wählen wir den Minusfall. Ihr könnt es auch andersrum machen. Sofern ihr einmal den Plusfall und einmal den Minusfall wählt, ist es egal wie rum. Also da gibt es jetzt keine Konvention, dass ihr sagt, x1 muss Plus sein. Solange beides einmal benutzt. Okay, 2 plus 1 sind 3. Und 2 minus 1 sind 1. So, 3 und 1. Das sind Nullstellen. Wie könnt ihr jetzt überprüfen, ob das wirklich eine Nullstelle ist, wäre jetzt die nächste Frage. Naja. Ihr könnt die Zahlen einfach mal in das Polynom einsetzen und gucken, ob 0 rauskommt. Jetzt machen wir die Probe. Das wäre der vierte Schritt. Ich mache das jetzt nur mal für eine Zahl, ja. So, wir haben 2 mal 1 Quadrat minus 8 mal 1 plus 6 gleich 0. Ist das wirklich gleich 0? 2 mal 1 Quadrat ist 2. Minus 8 mal 1 ist minus 8. Plus 6 ist 6. 2 plus 6 sind 8. Minus 8 sind 0. Passt. Gehen wir ganz schnell im Kopf durch. Setzen wir 3 ein. 2 mal 3 Quadrat. 3 Quadrat ist 9. Mal 2 sind 18. 18 minus 3 mal 8. Das sind 24. Sind wir bei minus 6. 18 minus 24 ist minus 6. Plus 6 sind wir bei 0. Und dann hat das ja funktioniert. Also, wir brauchen 1 x Quadrat. Dann lernt ihr diese Formel auswendig. Je nachdem, was in der Wurzel steht, haben wir eine, zwei oder keine Lösung. Das werden wir im nächsten Video sehen. Und dann könnt ihr am Ende die Probe nochmal machen, ja. Wie wir es hier gemacht haben. Ob da wirklich 0 rauskommt. Ob wir euch vielleicht nicht doch verrechnet haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein. Viel Erfolg. Bis dann. Ciao.